Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu Let's Play Together Grand Theft Auto 4 Die Ballade auf Getoni. Wir werden aber hier nicht in dem Offline-Modus rumschingeln, sondern natürlich in den Multiplayer gehen und starten einfach jetzt mal das Ding. Es werde schwarzer Bildschirm. Ach, wunderbar. So, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gleich reinkommen werden. Vielleicht wieder in eine Hacker-Lobby oder in eine ganz normale Lobby. So, in nächster Zeit werde ich weniger Zeit haben wahrscheinlich, Videos hochzuladen. Ich hoffe natürlich, dass ich es schaffe, jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen, weil ja jetzt wieder Knast anfängt. Vielleicht kann ich dann auch wieder Knast-Tage bringen. Ich bin Koch vom Beruf und muss so wieder zur Berufsschule und dort gibt es halt keine PS3. So, jetzt gehen wir mal weiter, weil jetzt geht es mir um die sogenannte Todesschaukel. Die Death-Schaukel, auch genannt. Und diese Todesschaukel gibt es hier an so einer Position und da laufen wir jetzt auch mal hin. Also, da laufen wir jetzt da nicht hin. Das läuft ein bisschen so weit. Und dann, wir chillen dorthin. Ach, endlich ein neues Headset. Ich bin so froh drum, Leute. Das muss ich immer jetzt erwähnen, weil mein altes Headset, das werde ich meinem Ausbilder schenken, der mich als Koch ausbildet. Ich denke, das passt schon. Oh nein, das sind ja die Bullen am Start. Oh nein, oh nein. Egal. Egal, egal, egal. Das macht nix, das macht nix. Ich weiß ja, wo es ein Heli gibt, weil viele wollen ja wissen, wo ist eigentlich die Todesschaukel. Das letzte Todesschaukel-Video habe ich vor einem Jahr auf YouTube geladen. Da habe ich das noch mit dem Handy aufgenommen. Und die Zeit ist jetzt auch vorbei. Willkommen zur neuen Sequenz. Warum spiele ich heute Rihanna? Weil ich Rihanna einfach geil finde. Ist doch eine attraktive Frau. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So. Gut, dann gehen wir da mal hoch. Und hoffen, dass da auch ein Heli ist. So. Hat noch nix im Anschein, dass hier irgendwelche Hacker sind. Aber wir haben jetzt schon den Heli. Das ist sehr gut. So, da können wir jetzt auch gleich mal die Karte platzieren und zeigen, wo diese Schaukel ist. Die ist ungefähr an der Position. Ist auch nicht weit. Ich denke mal, in einer Minute sind wir da. So. Gut. Rein da. Mann, oh Mann. Immer wenn ich nachts Ding hier nachts beitrete, ist Ding. Ist nachts. So, ich möchte euch mal was fragen, ob ihr dieses Problem eigentlich auch habt. Es richtet sich jetzt mal an YouTube. Ist euch schon aufgefallen, dass bei YouTube, dass ich nicht alle Nachrichten empfange. Wenn ich zum Beispiel drei Nachrichten empfange, auf meinem Handy auf Posteingang gehe, da habe ich nicht drei Nachrichten bekommen, sondern sechs oder sieben Nachrichten, weil die anderen sehe ich nicht. Ich muss also das Video anklicken, um Ding zu machen, um das Video anzugucken, äh, die Nachrichten zu lesen. Finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. So. Dev-Schaukel. So, jetzt muss ich mein kleines Spatzenhirn mal ein bisschen anschalten. Gucken, wo das Ding ist. So, genau. Da hinten haben wir's. Da ist ja die Todesschaukel. Äh, nee. Warte. Oh, da will mich jemand kicken. Ach, Mann. Das ist ja echt deprimierend. Jetzt ist man einmal im Spiel und macht jetzt gerade die Aufnahme und da will mich schon so ein kleiner Behindikindy kicken. Sehr schwach. Sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Ihr könnt wirklich mal an xConnorxavc eine Nachricht schreiben, dass das so nicht geht, was das soll, mich zu kicken, weil ich bin, verhalte mich ordnungsgemäß, ich beleidige keine Menschen. Ich, mein Gott, ich habe sogar schon mal Geld gespendet an Menschen, an Hilfsbedürftige und jetzt werde ich hier gekickt. Was läuft da falsch? Was läuft da falsch, Mann? Egal. Das ignorieren wir mal. Heute machen wir mal die Todesschaukel. Den Stunt der Stunts, muss ich sagen. Ähm, den wollte ich schon so lange machen. Und jetzt schauen wir einfach mal schnell hin. Dort ist die Todesschaukel, da wo ich bin. Die fahren wir noch schnell um. Und jetzt zeige ich euch das schnell. Geht immer nach links und vorne. Einfach nach vorne fahren hier. Und dann müsstet ihr eigentlich hochfliegen. Ihr seht schon, das funktioniert. Das wurde noch nicht gebackt. So, gut. Achtung. Und am besten machen wir einen kleinen Countdown. And a final Countdown. Nice Geschichte. Geile Sache. Geile Aktion, muss ich sagen. Jetzt warf man auch auf die Explosion. Hey, bleib stehen. Du musst sterben. so leute das war's das war das kleine video heute mal ein bisschen kürzer gehalten die def schaukel so was soll man machen noch mal hinfahren ich glaube es ist soweit leute haut auf jeden fall rein wir sehen uns probiert den stand auf jeden fall aus er lohnt sich bis zum nächsten mal auf der playstation 3 tschau das war doch nur ein spaß leute denkt ihr wirklich ich beende jetzt schon die aufnahme nein wir machen jetzt noch einen zweiten stand so ich hoffe ihr habt jetzt nicht alle weggeklickt guckt euch das mal an das ist echt ein lappen und so was sage ich nicht oft dass jemand ein menschenlappen ist aber xconnor xavcx ist echt ist echt eine schwache aktion von dem so ich gehe jetzt eh gleich aus der lobby so gut dann werden wir jetzt mal hier noch mal rangehen und base jump ah fuck man tödliche aktion muss ich sagen haut rein leute wir sehen uns ciao like a diamond in your heart